Brickschmied ist Verhaltensstudie. Hi Leute, das ist die Contest-Einzellung für Fabies Contest. Heute zeige ich euch eine ganz normale Lebenssituation. Zuerst meine Schwester. Hilfe! Okay, das war ja klar. Dann mal ich. Wow, das war ja mutig, aber unüberlegt. Da habe ich ja nochmal Glück gehabt, aber so eine Alien-Invasion ist nicht nur einmal. Schauen wir, was ich und meine Schwester daraus gelernt haben. Zuerst meine Schwester. Ja, manche Leute lernen halt nicht so viel. Mal sehen, was ich gelernt habe. Ha, ha, ha. Das war ja klug. Ja, manche Menschen lernen, sie empfehlen. Aber was habt ihr daraus gelernt? Genau, ihr sollt immer auf eine Alien-Invasion vorbereitet sein. Nein, das war ja. Ja, ich habe ja noch mal eine Alien-Invasion朝-Invasion. Ja, das war ja. Und ich habe ja auch mal Küche. Ja, ich habe ja auch mal etwas mit­vasioniert. Ja, ich habe ja wirklichzusagen. Ja, ich habe ja noch mal eine Eins-Invasion. Ja, ich habe ja auch mit den Jungen, die ich glaube ich auch noch mal ich kann. Ja, das war ja auch mit dem Jungen. Vielen Dank.